Los! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, ich darf euch im Namen der Spielvereinigung Windischberger Dorf und im Namen der SG Schlossberg 09 recht herzlich zur Cold Water Challenge begrüßen. Übersetzt, Kaltwasser Aufforderung. Nominiert wurde die SPV gegeben in die Spergerdorf von den Silberwaldschützen aus Schlammering und zwar vom Bucher Chef Rudi. Des Weiteren wurde die SG Schlossberg 09 nominiert von den Kammerdorfer Wildschützen und zwar vom Werner Wache. Männer, wir fassen jetzt alle ein Bier und dann gehen wir in Reihe und Glied zum Kampf runter, damit wir das Rasenspielfeld auf der anderen Seite erreichen. Und natürlich vor lauter Dingen besonders begrüßen möchte ich natürlich unser Ehrenmitglied und unseren Schirmherrn für die Cold Water Challenge, und Günther Köstler, der uns eine Monster-Brotzeit und Bier spendiert und alles. Ja, und jetzt erstattet man. Günther, vielen Dank nochmal. Also, Bier fassen! Der Rest voraus gehen Sie. Ja, freu dich! Nimmst du das gleiche? Nimmst du das gleiche? Nimmst du das gleiche? Ja, rein! Warte mal! 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 Du bist ja so offen! Also da geht's, Benner! Lachsam, dass du da bist! Gut ist schon! Langsam gehen! Wir passen! Wir passen! Ey, ey, ey! Das ist toll! Ey, das ist toll! Ey, das ist toll! Aber das braucht noch eine Männchen! Das ist auch mal stumm! Halt auf! Ey, Tata! Ey, auf geht's! Los, Los! Es ist schön! Pfloss! Dann kommt los! Oh, wie ein Schneidrungler! Oh! Ganzes! Oh! Oh, Scheiss! Das ist auch gar nicht. Ja, das ist auch gar nicht. Ja, sieh! Hör mal rein! Da sieht man noch die anderen Fische, die hat eine Faune in der Hände. Wenn wir alle so schön beieinander stehen, nominieren wir den SV Runding Hauptverein, die SG Kamptal und den FC Kammerau. Und wenn sie es nicht einlösen, innerhalb acht Tagen wollen wir natürlich eine Brotzeit mit den dazugehörigen Tränken, wo es natürlich bei uns dazugehört ist. Da hat sie wieder mal zu tun. Wenn man um Rummen geht, das ist ja nicht gut. Also, alle noch reinnehmen! Achtung, wir sind Stolner! Langsam, wir gehen in die Stolner! Achtung! 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 Ja, mal drüben! Ich freu den Mann nicht mehr! Was ist das?